damit willkommen bei ix1 drive heute mal mit einer kleinen news sendung und zwar zum bmw os 9 das jetzt kurz vor kurzem in la vorgestellt wurde ich habe dafür bei bmw mal angefragt was es damit auf sich hat wann es losgeht wer das bekommt und das würde ich euch natürlich nicht vorenthalten ja los geht es für alle kompakten wagen in der bmw und mini familie ab dem zweiten quartal 23 dann wird es schrittweise ausgerollt das system und zwar ab werk wird das passieren das heißt os 9 schon mal so viel dazu gesagt wird nicht über ein over the air update jedenfalls ist es im moment nicht vorgesehen über ein over the air update auf die bestehenden fahrzeuge gebracht sondern das wird ab werk passieren denn dafür wird neue hardware verbaut das ist ein ganz wichtiger knackpunkt auf den komme ich aber gleich später noch mal zu sprechen ja neue features dabei sind vor allen dingen ein neuer homescreen mit einer neu gestalteten karte und diese karte wird dann so habe ich es habe ich mir erklären lassen die ganze zeit im hintergrund auch eingeblendet also ihr habt die wichtigsten sachen wie ladepunkte jetzt bei einem vollelektrischen fahrzeug ladepunkte tankstellen bei bei verbrennern dann dementsprechend alles was ihr so auf der karte an infos habt restaurants und so weiter werden die ganze zeit hinten eingeblendet und alle infotainment sachen die ihr sonst so habt werden dann in einem overlay so heißt das also drüber geblendet wenn ihr das benötigt und sonst habt hier vor allen dingen wichtiges feature die karte im os 9 gibt es dann noch die zweite neuerung nämlich einen app store dieser app store ermöglicht es wie wir es kennen von dem apple store oder von dem google play store drittanbieter apps dann runter zu laden ins auto da wird es auch spiele geben für ex 1 oder vollelektrische fahrer dann um die ladepausen zu verkürzen das kennt man von tesla zum beispiel die dann auch spiele drauf haben auch vw hat das angekündigt für das für neue system für die ober- und mittelklasse bei bmw wird es eine etwas andere version geben nämlich das os 8.5 das ist eigentlich vom von den feature von den meisten features und vom layout her genauso wie das os 9 es hat aber zum beispiel keinen app store verbaut das ist einfach hardware bedingt gar nicht möglich das läuft auch linux basiert weiter und nicht android basiert aber da wird es die anpassungen geben ja das wird aber nur einige fahrzeuge betreffen ganz wichtigster wichtigstes auto in diesem jahr für bmw ist da der i5 der mit gleich abwerk mit dem os 8.5 dann laufen wird ja so aber was ist eigentlich mit den fahrzeugen das war für mich erstmal als ex 1 neukunde erstmal die wichtigste frau und das wird auch für euch eine wichtige frage sein für alle insbesondere die einen x1 ein ex 1 vor kurzem erhalten haben oder bestellt haben wie sieht es da aus was bekommen wir denn ja und dass die nachricht ist wir bekommen gar nichts wir bekommen weiterhin das os 8 denn alle fahrzeuge die jetzt ausgeliefert worden sind bereits die haben nicht die möglichkeit dass wir da hat andere hardware verbaut wird und die ist notwendig um auf os 9 oder os 8.5 dann dementsprechend dort aufzurüsten also es gibt kein upgrade auf os 8.5 es gibt kein upgrade auf os 8 9 die fahrzeuge behalten os 8 bekommen aber so wurde es mir zugesichert von bmw weiterhin over the air updates mit neuen features mit verbesserungen auch im system aber es ist halt kein komplettes update auf os 9 möglich ja was sagt ihr dazu schreibt es mir gerne in die kommentare ja und was halte ich eigentlich von dem ganzen also ich muss euch sagen ich bin da ein bisschen hin und her gerissen ich finde das os 8 so wie es hier drin ist wirklich gut ich finde das beim x1 klasse gelöst ich habe eine vernünftige routenplanung mit ladeplanung und für mich ist das auto so wie es ist wirklich sehr sehr gut gemacht trotzdem finde ich es nicht richtig was bmw dort macht denn der x1 ist vor kurzem erst gestartet erst seit wenigen wochen wird er produziert und auch ausgeliefert sind dezember knapp 900 fahrzeuge in deutschland zugelassen wurden das wird natürlich mehr werden und über die nächsten monate werden das tausende von fahrzeugen sein die auf den straßen sind vom vom x1 noch gar nicht zu sprechen der auch nach dem facelift ja auch schon gut verkauft wurde ja und diese ganzen fahrzeuge sind veraltet nach wenigen wochen nach wenigen monaten muss man wahrscheinlich sagen sind diese fahrzeuge vom stand der technik dann veraltet und da stellt sich mir die frage warum hat bmw das gemacht gerade beim x1 der ja die vollelektrische kompaktklasse symbolisiert für bmw und der ein reichweiten starkes fahrzeug beim verkauf und ein margen starkes fahrzeug werden soll warum macht man das dass man nicht von vornherein ab werk schon die neue hardware verbaut wenn man weiß dass in drei vier monaten eine neue hardware gebraucht wird weil die software geupdatet wird warum baut man das nicht jetzt schon ein und damit hängt das natürlich auch zusammen für alle die geleast haben ist es so okay ich gebe das fahrzeug nach zwei drei oder vier jahren wieder ab kriegt ein anderes fahrzeug kann mir dann überlegen us neu nehmen dann eins was us 9 natürlich dann drauf hat ja aber was ist mit den leuten die das fahrzeug finanziert oder gekauft haben für die stellt diese entwicklung einen faktisch einen wertverlust da denn ich habe ein auto dass ich vielleicht in drei vier fünf jahren wenn ich bin ich die finde wenn die finanzierung abläuft oder auch schon vorher vielleicht wieder verkaufen möchte weil ich mich anders orientiere oder weil ich sage ich möchte schon wieder wenn dann was neues kommt was neues haben ja aber dann gibt es auch fahrzeuge auf dem markt die das os 9 haben die auch zum verkauf stehen und man selbst kann dann mit dem os 8 dann dementsprechend nicht mehr so viel geld verlangen dafür und kann dann vielleicht das fahrzeug nicht so verkaufen wie es vielleicht dementsprechend notwendig oder geplant ist oder wie man es selber sich gewünscht hat ja das ist meine meinung dazu ich hätte mir gewünscht dass bmw dort ein bisschen vorausschauender arbeitet gerade was den x1 angeht über den wir ja hier die meiste zeit reden aber natürlich kann ich es genauso für alle x1 kunden sagen die jetzt das fahrzeug bekommen haben die das fahrzeug in den nächsten wochen bekommen die werden dann dementsprechend teilweise eine woche noch das auto bekommen und hätten eine woche später wahrscheinlich dann wenn es umgestellt wurde in der produktion schon die möglichkeit gehabt das neue os 9 zu bekommen das ist wirklich schade auch wenn ich wie gesagt wenn ich sagen muss das os 8 funktioniert super ist wirklich nicht schlecht aber es ist halt nicht richtig ist meiner meinung dass dass man hier mit zweierlei maßen ist und dass man fahrt zu ein fahrzeug das neu auf dem markt gekommen ist neu produziert wird mit alter hardware baut über drei vier monate und dann das schon wieder updated also man ist ja facelifts mittlerweile nach sechs monaten gewohnt aber das ist jetzt wirklich ein bisschen kurzfristig ja was haltet ihr von dem ganzen bitte schreibt es mir in die kommentare abonniert gerne den kanal wenn ihr keine videos mehr verpassen möchtet und aktiviert die glocke ich habe letztens gesehen in der analyse ich habe 250 abonnenten vielen dank für jedes einzelne abo aber ich habe über 5400 zugriffe auf die videos gehabt von einzelpersonen und davon sind nur 250 abonnenten gewesen also bitte abonniert doch den kanal damit der kanal weiter wachsen kann damit wir auch mehr gehör finden ich weiß dass die bmw marketing abteilung die videos hier ansieht von mir und auch die kommentare mit liest deswegen wir können sicherlich nur was bewegen auch und auch gehört werden wenn wir dort eine gute reichweite haben und zeigen dass wir als community und das so sehe ich das hier auch den kanal dass wir uns als community austauschen können und dass wir als community vielleicht auch gehör finden das würde mich freuen mich würde es auch freuen wenn ihr mir einen daumen nach oben da lässt für den algorithmus wenn euch das video gefallen hat und dann sehen wir uns schon ziemlich bald wieder mit dem nächsten video rund um den ix1 danke ciao